Hi Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Elgato mit einem neuen Let's Play und zwar Dom Clancy's The Division seit zwei Tagen erhältlich und ich und ein paar andere YouTuber machen ein neues Projekt und Dom Clancy's The Division sehr nice Spiel viel Fun viel Nervenkitzel und wir fangen sofort an mit dem neuen Spiel für den Bindungsaufbau Elgato wenn ihr das wieder sehen wollt geht auf den Trailer mich interessiert nicht das war der Vorspann bei Dom Clancy's The Division es geht um ein Virus das über Geld übertragen worden ist ja naja jedes Geld ist ein Virus jetzt kurz ein Ladebildschirm denn vor zwei Tagen ist das Game auf den Markt gekommen und die Server sind online und ein halb Tag nur Disconnects nichts hat funktioniert aber naja jetzt gehen wir gleich rüber zur Charaktererstellung wenn es funktionieren sollte ja es funktioniert einwandfrei als wir aktiviert wurden alles klar wir dass die Lage schlimm ist weit schlimmer als bekannt wir sind hoch trainierte eingebettete Elite Agenten alles klar wir werden gerufen wenn alles andere versagt wir haben keine Regeln und keine Grenzen und ein weiteres erfolgreiches Werk von der Dom Clancy Reihe und die aber Disconnect wie habe ich es gesagt sorry Leute das kann das kommt öfters vor wir steigen sofort wieder ein ich hoffe nur dass ich das Video überspielen kann wir werden gerufen wenn alles andere versagt wir haben keine Regeln und keine Grenzen unsere Job ist die Reste zu schützen ja jetzt geht's jetzt funktioniert es wir sind ihre Nachbarn wir könnten auch ihre Freunde sein aber werden wir gerufen lassen wir sofort alles zurück wir sind die Division die Division die Division nice alles klar yo so fangt's an so so aha so hier kann man den Charakter ausfällen wir sind natürlich männlich ähm wir sind ein Russer Albaner haha ne Spaß so was gibt es hier noch der der sieht ganz normal aus so Farbe der Iris so wie meine Augen blau alles klar ha ja ja Gesicht Behandlung alles klar ta Farbe schwarz Markierung hier haben wir Narben ne keine Narbe keine Kriegsbemalung du auch nicht Zubehör Piercings Nasenbiercing ne Brille sind wir Mr. Checker ne sind wir auch nicht die Division ganz natürlich alles klar und los geht's jawohl hier sieht das aus was sagt ihr von der Grafik ich finde die Grafik überwältigend Deckung aufsuchen alles klar aha ok Waffentest initialisiert eröffnen sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele primär Waffentest erfolgreich ja Leute und dem Moe let's play und Outsider sind auch dabei und jetzt heißen wir sie herzlich willkommen hey 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 hallo so da ist er schon jo alles klar ist er jetzt gegangen hat zweimal abgebrochen und ja wie weit seid ihr äh erste Mission ich bin jetzt mit der ersten Mission angefangen ok alles klar ich würde sagen wir machen hier mal einen Cut weil die erste Folge ist schon wieder vorbei ok alles klar und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge zurück und Elgato kommt sicher nach jo ok also ciao ciao bis zum nächsten Mal danke Leute fürs Zuschauen und ciao bis zum nächsten Mal